Heute möchte ich euch ein neues Muster zeigen. Das ist das Sonderöschchenmuster. Zu Anfang wir nehmen, ich habe hier mal nur zehn Maschen aufgenommen für euch. Die ersten zwei Reihen werden links gestrickt, bevor das eigentliche Muster anfängt. Wir nehmen wie immer die erste Masche ab. Randmaschen sind immer wichtig. Und bei der ersten Masche, die wir haben, aus der stricken wir drei raus. Das heißt, wir stricken einmal rein in eine Rechtsmasche. Dann legen wir den Faden rüber, halten die Masche aber auf der Nadel fest, stricken eine linke Masche, immer noch festhalten, nehmen den Faden wieder davor und stricken noch einmal eine Rechtsmasche und nehmen dann erst die Masche runter. Die nächsten, dann nehmen wir drei Maschen in eins links zusammen. Das heißt, den Faden vor die Arbeit legen und drei Maschen miteinander links zusammen stricken. Hört sich gefährlich an, haltet die, aber ist nicht so gefährlich. Haltet einfach wieder die, den Faden fest. Das funktioniert. So, die nächste Masche, das wird immer im Wechsel gemacht, die nächste Masche ist wieder die, wo wir drei raus holen. Wir gehen wieder rein, stricken einmal rechts, Faden nach vorne, einmal links, Faden wieder davor und einmal rechts. Dann erst wieder die Masche runter. Die nächsten sind wieder drei, die wir links zusammen stricken, heißt wieder den Faden vor die Arbeit, die drei Maschen auf die Nadel bekommen, links zusammen stricken und von der Nadel heben. Die lässt, die Randmasche stricken wir ganz normal rechts. Dann drehen wir die Arbeit wieder um und stricken auf diese Seite, nach dem Abheben der ersten Masche, nur links. Die ganze Reihe wird nur links gestrickt. Das ist auch die Vorderseite, wo wir die linke Masche stricken, also das Muster entsteht genau auf der entgegengesetzten Seite. Jetzt drehen wir das Ganze wieder um. Nehmen wir die erste Masche wieder runter. Und da, wo wir vorhin aus einer Masche drei Maschen gemacht haben, stricken wir jetzt die drei zusammen wieder in links, dass wir den Faden wieder vor die Arbeit legen. Nehmen genau diese drei Maschen, die wir rausgestrickt haben, zusammen und stricken die gemeinsam runter mit einer linken Masche. Die nächste, wo wir die anderen zusammen genommen haben, da machen wir das wieder, dass wir drei rausholen. Das heißt, eine rechts, eine links, Faden wieder vor die Arbeit legen. Wieder eine rechts, dass wir drei Maschen raus haben. Das nächste sind wieder die drei, die wir rausgeholt haben. Wieder den Faden davor legen. Wieder links zusammen stricken und runter nehmen. Und aus der wieder drei raus stricken. Wieder eine rechte, nicht die Masche von der Nadel lassen. Eine linke und noch einmal eine rechte und die letzte wieder rechts. Wir drehen die Arbeit wieder um zur Vorderansicht. Nehmen wieder eine, die erste Masche runter und stricken die nächste Reihe wieder links. Und das macht ihr grundsätzlich im Wechsel. Ich zeige euch noch eine Reihe. Wir stricken die linke nochmal, damit ihr das Muster besser erkennen könnt. Wir nehmen wieder die erste runter. Und ihr seht, da sind nicht drei aus einer rausgekommen. Wir nehmen diese wieder und stricken drei Maschen raus. Einmal eine rechte, den Faden wieder vorlegen. Eine linke, den Faden wieder zur anderen Seite bringen. Und noch eine rechte raus holen. Die nächsten drei wieder links zusammen stricken. Aus der nächsten wieder drei raus stricken. Eine rechts, eine links und noch eine rechts. Und die nächsten wieder zusammen dreimal. Das Muster ist aufgebaut, indem immer, das ist immer ein Vierersatz von dem Muster. Also es sind immer vier Maschen und die Randmasche dazu. Das heißt, wenn ihr Maschen aufnehmen, müsste das durch vier geteilt sein, damit ihr dieses Muster machen könnt. Ich habe zehn Maschen aufgenommen und somit entstehen Rosetten, die immer im Wechsel drauf sind. Ich habe noch ein paar Arbeiten vorbereitet mit verschiedenen Wollstärken, damit ihr auch mal seht, wie das dann auf anderen Garnen wirken kann. Das ist sehr grob gehalten. Hier haben wir nochmal eins, was wieder dünner ist. Wo wir dann auch sehr schön das Muster erkennen können. Und dann habe ich nochmal wieder eins gemacht mit ganz feinem Garn, wo das Muster dann auch wieder noch feiner rauskommt als bei dem anderen. Vielleicht auf weiß sogar noch besser zu sehen. Und es sieht sehr zart aus. Und je nach Wollstärke kommt das Muster halt anders raus. Also bei dem dicken Garn sieht das halt schon aus wie richtig große Noppen. Das sind aber kleine Rosettchen. Das ist eine große Reise. Und dann haben wir auch schon wieder kuatren. Das ist eine große Herausforderung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020